Der Land und Leckerbus in Ostwestfalen. Sechs Landfrauen kochen um die Wette. Welche bringt das leckerste 3-Gänge-Menü auf den Tisch? Auf ihrem Hof in Lünen verwöhnt Sabine Görz Rinder und Schweine. Ricarda Kühn lebt mit Mann, Kindern, Ziegen und Schafen im Siegerland. Federvieh macht den Hof von Iris Hafer-Rassfeld in Gütersloh unsicher. Auf dem Backsteinhofhaus Bollheim in Zülpig ist Ines von Hagenow zu Hause. Das erste Landmenü servierte Helene Scholz von Bonin auf ihrem Bio-Hof in Welfa bei Soest. Dann wünsche ich euch guten Appetit. Ich lasse es euch schmecken. Saftiger Rostbraten mit bunten Ofenkartoffeln an jungem Gemüse. Heute geht die Reise der Landfrauen in einen kleinen Ort bei Brackel. Ein bisschen außerhalb des 600-Seelen-Dorfes Bellersen steht der Hof von Familie Hänsel. Eine der wenigen Berufsimkereien in Deutschland und das seit 50 Jahren. Familie Hänsel kümmert sich um 350 Bienenvölker. Das sind rund 35 Millionen Bienen. Ulrike Hänsel ist gelernte Imkerin und Mutter von drei erwachsenen Söhnen. Ehemann Oswald ist Imkermeister mit Leib und Seele. Sohn Lukas, auch Imker, ist mit in den elterlichen Betrieb eingestiegen. So, jetzt wollen wir doch mal gucken, was mit eurer schönen Zuchtkönigin ist. Ich selber bin zu den Bienen gekommen. Ich war eigentlich, hab mich für Blumen interessiert und wollte gerne Naturschutzarbeit machen draußen. Und da bin ich auf die Bienen gekommen. Und die haben mich dann gepackt. Denn seitdem dreht sich bei mir alles nur noch um die Bienen. Bienen ist alles. Das ist so faszinierend, so ein Bienenvolk. Ich hab mein Leben lang Bienen. Mein Vater hat die ersten Bienen angeschafft, wo ich zwei, drei Monate alt war. Und das wollte ich dann auch. Ich bin zur Imkerschule gegangen, hab eine Ausbildung gemacht. Da gibt es dann auch einen Blockunterricht. Und da kam Oswald aus einer Berufsimkerei und wir haben uns kennengelernt. Ulrike, das war ganz interessant. Der Kollege, der hat mir alle Mädchen vorgestellt am Bieneninstitut. Und dann hat er gesagt, die Ulrike, das ist eine Gansliebe. Aber das ist so eine richtige, echte Grüne. Und da haben wir uns beide angeguckt, so eine dürfen wir nicht mit nach Hause bringen. Aber meine Eltern waren froh, wo sie dann da war. Denn unser Leben ist ja, wir sind so von der Natur abhängig. Das ist, da muss man schon grün sein. Die Bienenstöcke stehen in Gruppen an verschiedenen Orten verteilt. Regelmäßig kontrollieren Ulrike, ihr Mann und Lukas, wie es den Bienen geht. Wenn es kribbeliges Wetter ist und ich bekomme pro Volk drei, vier Bienenstiche und mache 20, 30 Völker am Tag, dann kann sich das schon aufsummieren. Und wir gehen dann auch nicht Blutspenden, weil wenn jemand allergisch wäre, könnte das schon mal tragisch enden. Guck mal, wie toll stark die sind. Der Rauch ist zur Beruhigung. Und jetzt gucken wir im Brutnest nach, ob es schön ist, ob sie wirklich zuchtwürdig sind. So 50.000 mögen das sein. Die sehen vor allen Dingen wunderbar aus. Haben Blütenpollen, frischen Blütenpollen eingetragen. Und die junge Königin gleich auf der ersten Wabe. Die Königin ist ja aus dem gleichen Ei wie eine Arbeiterin und hat besseres Futter bekommen. Das Chili Royale. Und deshalb ist die ein vollwertiges Weibchen. So, oh, das ist aber eine schöne, große, da ist aber fein. Die legt alle Eier 2000 am Stück. Jeden Tag. Tüchtige Dame. Wenn ich schlafen gehe und die Augen zumache, dann sehe ich Bienen. Also wenn ich schlafen gehe, dann bin ich so müde, dann sehe ich überhaupt nichts mehr. Auf dem Mehrgenerationenhof leben außer Bienen auch ein paar Enten. Um die kümmert sich Oma Ursula, Ulrikes Schwiegermutter. Tagsüber sind sie eingesperrt, hier ist besser. Hier schleicht immer ein Fuchs rum. Hühner hat er uns schon geholt. Und dieses Jahr geht's. Dies Jahr waren es nur zwei Hühner. Wir haben ziemlich eingezäunt. Aber sonst, Marder und Fuchs, da haben wir schon Last mit, weil wir hier so außerhalb wohnen. Ja, das sind halt Nachteile. Aber es hat so viele Vorteile für alle. So, jetzt. Jetzt. Und jetzt kommt das Schweinefutter, Johannes. Wer sitzt denn in der Karate? Nichten und Neffen von Ulrike kommen gern zu Besuch. Sie freuen sich am meisten über die Schweine. Das mögen die Schweine am liebsten. Na, es geht ganz schnell aus. Die lernen, dass man das essen kann. Rucki, zucki. Rucki, zucki. Die grüne Ulrike wirft nichts weg, was irgendwie noch verwertet werden kann. Von Milben befallene Waben zum Beispiel verfüttert sie an ihre Schweine. Das ist ein Stück Drohnenbrut. Das sind männliche Bienen, die wir dem Bienenvolk entnehmen, weil nämlich in den Drohnen besonders viele Milben sitzen. Und diese Varroa-Milbe, das ist der Schädling, der uns sehr zu schaffen macht. Der ist eingeführt aus Indien. Und unsere Bienen kommen damit nicht klar, weil die in der Evolution damit niemals in Kontakt gekommen sind. Und die Bienenvölker sterben, wenn wir die nicht behandeln. Die Schweine verspeisen den eiweißhaltigen Abfall und liefern gleichzeitig Mist für Ulrikes riesigen Blumen- und Gemüsegarten. Darin wächst und gedeiht alles, was die Großfamilie den Sommer über zum Essen braucht. Hier sind wir in unserem Gemüsegarten, wir haben einen Selbstversorger-Gemüsegarten. Und da baue ich hier das Gemüse an für die Familie. Bohnen, Möhren, Porree, Fenchel, alle Salatsorten, Sellerie, eigentlich alles, was man so hat und braucht. Also mein Lieblingsgemüse ist der Zuckermais. Imker sind süße Leute. Und da neigen wir natürlich alle eher zum Süßen. Natürlich holt Ulrike auch für ihr Dinner alle Zutaten aus dem eigenen Beet. Als Vorspeise gibt es Honignudeln in Parmesannestern. Zum Hauptgang servieren wir in Kräutern marinierte Koteletts mit Tomatenschatten, Zwiebelkartoffeln und Zucchini-Röllchen. Als Nachspeise griechischen Joghurt mit verschiedenen Honigsorten. Eine beliebte Honigsorte ist der Akazienhonig. Er ist flüssig und wird bei Familie Hänsel kurz nach der Ernte in Gläser abgefüllt. Die Abfüllmaschine schafft in zwei Stunden rund 3000 Gläser. Die meisten Imker füllen den Honig im Winter ab. Weil im Sommer wenig Zeit ist. Aber durch die gute Technik, die wir haben, können wir das im Sommer. Und dann brauchen wir den Honig nicht nochmal warm machen. Und jede Erwärmung schadet ja dem Honig. Und wenn man dann überlegt, bei jedem Glas, was wir abfüllen, dass die Bienen für ein so ein Glas Honig fünf bis acht Millionen Blüten anfliegen müssen. Das ist Wahnsinn. Da wird man schon ein bisschen ehrfürchtig vor der Natur und vom lieben Gott. Der Honig wird das ganze Jahr über verkauft. An den Großhandel, aber vor allem auf den Wochenmärkten der Umgebung. Das Wichtige ist einmal der Kontakt mit den Kunden. Man muss ja immer wissen, was der Kunde möchte. Ja, und es ist auch einfach toll, mal rauszukommen. Bei uns wäre es natürlich sehr einsam, wenn wir immer nur bei den Bienen wären und jetzt nur für Großhändler produzieren würden. Und von daher ist Wochenmarkt ganz, ganz wichtig für uns. Rückreise der Wanderbienen. Sohn Lukas ist der Insektenchauffeur. Er bringt die Völker in blühende Landschaften und holt sie wieder ab. Um die Jahreszeit ist es so, dass hier doch sehr wenig für die Bienen noch zu holen ist. Es gibt zwar viele wilde Blumen, aber die reichen dann nicht mehr für alle Bienenvölker, um Honig über zu haben. Sondern wir müssen meistens schon zufüttern, damit die Völker über die Runden kommen. Und haben dann aber die Möglichkeit, mit einem großen Lkw die Hälfte der Bienen wegzubringen, in Gegenden, wo noch irgendwas Schönes blüht. Einen Monat waren die Bienen in der Ferne fleißig. Heute kommen sie zurück nach Bellersen. Wir kommen jetzt von der Milgus, mecklenburgische Seenplatte. Und da haben wir jetzt 88 Völker wieder nach Hause geholt. Die standen dort in der Sommerfrische, in der Kornblume und haben hoffentlich schön was gebracht. Alle hoffen, dass es ein ertragreicher Sommer war. Dann wird es dann nachher, wenn wir aufmachen und gucken, was drin ist. Aber sie haben schon gesagt, die Lkw wäre nicht so ganz so gut die Berge hochgekommen. Das ist ein gutes Zeichen. Denen ist das ganz gut gegangen auf der Fahrt. Ich kann noch mal zeigen, wie die hier sitzen. Der ganze Kasten voll. Die haben sich gar nicht groß aufgeregt, kommen nur ein paar raus. Nur eine mag mein Shampoo nicht. So, alle Bienen können fliegen. Bienen sind glücklich, Imker ist glücklich. Eine nicht, die will stechen. Aber ich habe es ein paar schneller. Erstmal freut man sich, natürlich sind wieder da. Alle heile, alles hat gut geklappt. Man macht die ganze Aktion natürlich nicht nur, damit die Kornblumen möglichst lange existieren in Mecklenburg-Vorpommern. Das findet man natürlich auch toll. Das sind ja wilde Blumen, die es hier schon gar nicht mehr gibt. Es müssen aber auch die Rechnungen bezahlt werden. Man ist froh, wenn man auch Honig erntet. Und das ist natürlich immer der spannende Augenblick. Aber was dann drin ist in den Bienenkästen, das ist natürlich das, worum es eigentlich ja geht bei dem ganzen Stress und der ganzen Arbeit, die man ja auch hat dafür. Mh, schön. Da kann ich nicht genug von kriegen. Das ist sowas. Mh, lecker. Das erste Mal, dass die Bienen richtig gut getragen haben dieses Jahr. Das sind 50, 60 Kilo Honig sind das. Und das haben hier die Bienen bei uns hier in der Gegend, wo kein Blümchen auf den Feldern ist. Die haben gehungert. Die haben einen halben Honigraum, höchstens die tollen, die richtig scharren Völkern. Wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Honig in rauen Mengen. Die Arbeit hat sich gelohnt. Ein langer Arbeitstag neigt sich dem Ende entgegen. Zeit, am eigenen Schwimm- und Löschteich zu entspannen und ein Glas Kornblumenmeet zu genießen. Ja, wenn wir mal eine freie Minute haben, dann kann man hier so richtig schön das genießen, die schöne Aussicht und die ganzen wilden Blumen am Teich. Herrlich. Der Land- und Leckerbus ist auf dem Weg. Chauffeur Wolfgang Schiwi kutschiert seine gut gelaunten Passagiere durch das sommerliche Ostwestfalen Richtung Brakel. An Bord rätseln die Damen, wo es denn heute hingeht. Ich glaube, wir werden einen schönen landwirtschaftlichen Betrieb sehen. Wahrscheinlich mit ein bisschen Tieren, vielleicht Kühe, vielleicht lernen wir die Käseproduktion kennen. So was könnte ich mir vorstellen. Ich sagte schon Ackerbau, aber wenn ich das hier so ansehe, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie scharfer hat. Zwischendurch dachte ich Gemüse Richtung Kräuter, Gemüse, aber da bin ich jetzt gar nicht mehr so der Meinung. Scharfe Käseherstellung, das ist wieder mal überraschend. Auf Bienen und Honig ist keine der Landfrauen gekommen. In der Küche arbeitet Ulrike schon auf Hochtouren. Die Parmesan-Nester für die Vorspeise sind eine echte Herausforderung. Bei den Parmesan-Nestern ist es natürlich so, die können zu weich werden, die können zu hart werden. Das muss man sehr gut abschätzen. Die müssen richtig schön durchbraten, damit die Feuchtigkeit weggeht, dass sie knusprig werden. Aber wie das ist, so knusprig, da muss man sehr schnell arbeiten, dass sie dann nicht zerbrechen. Jeder Handgriff muss sitzen. Sobald der Parmesan-Käse geschmolzen ist, muss er abgekühlt werden und schnell aus der Pfanne. Eine kleine Schüssel dient als Form für das Nest. Ein bisschen abkühlen lassen und fertig. So soll es sein. Parallel schnippelt Ulrikes Küchenhilfe die Zucchini für den Hauptgang. Hast du es denn schon gleichmäßig geschafft? Ich bin ja froh, dass ich das nicht machen musste. Ich hoffe es. Nine ist die Freundin von Ulrikes Sohn Lukas und heute genau die richtige Unterstützung am Herd. Dadurch, dass wir zusammen wohnen, wir haben ja praktisch eine Riesenwohngemeinschaft. Und da hilft sie mir natürlich. Ist ganz, ganz lieb und fleißig und kann das auch supergut. Sehr tüchtig. Aus den Zucchini-Scheiben werden später gefüllte Röllchen. Da noch einen drauf? Mhm. Die Zucchinis, die sind jetzt schön eingeölt und dann werden die einmal kurz gegrillt. Muss genau so sein, dass sie schon zu rollen gehen, aber nicht zu weich sind. Die Zucchini werden bei 200 Grad 15 Minuten lang gegrillt. 200 Grad. Die Zucchini-Scheiben werden bei 200 Grad 15 Minuten lang gegrillt. Das ist eine zweite Gastlieberin. Ja, da freuen wir uns schon. Absolut. Wir sind total gespannt. Das kommt immer wieder raus. Ja, das sieht. Das geht doch. Das geht doch. Das geht doch. Das geht doch. Top-Stimmung im Oldtimer-Bus. Die Landfrauen rollen durch die kleinen Ortschaften im Weserbergland und sind schwer beeindruckt. Das ist schön. Ja, das ist sehr schön. Und auch wieder die schönen Fachwerkhäuser. Ganz verwinkelt alles, guck mal die kleinen Gästchen. Und ganz, ganz liebevoll wieder restauriert. Ja, auf alle Fälle. Also könnte ich mir gut vorstellen, mit meinem Mann hier nochmal so ein Wochenende zu verbringen. Ein bisschen Weserbergland erkunden. Das ist ein Traum. Zweite Busfahrt, super nett. Die Frauen sind alle so nett und sympathisch, wir sind so eine nette Truppe. Und es war eine herrliche Landschaft, war ganz toll. Hier kann man drücken, da ist die Stelle, wo sie heidel bleiben. Für ihre Gäste hat Ulrike nicht nur das Essen, sondern auch die komplette Tischdekoration aus dem eigenen Garten gepflückt. Sommerfrische ist das Thema. Ja, die Tischdeko sind Beeren, weil ich lieber Beeren pflücke als Blumen. Die Blumen lasse ich lieber für die Bienen, sind ja tot, wenn man sie pflückt. Allerdings, wenn ich auf dem Bauernmarktdeko mache, dann stelle ich die draußen vor die Tür, da fliegen die Bienen auch immer noch hin. Und die Küche bleibt sauber. Jeder Gang, den Ulrike serviert, wird von ihren Gästen einzeln bewertet. Zehn Punkte bedeuten unübertrefflich. Wie viele Punkte wird sich die Landfrau mit ihrem Drei-Gänge-Menü erkochen? Wodran soll ich nochmal meine Nase dranhalten, wenn meine Augen anfangen zu tränen, so wie jetzt? Zur Beruhigung habe ich Baldrian da hingetan zum Schnüffeln. Aber ich glaube, gegen Zwiebeltränen habe ich gar nichts. Ach, ich versuche das jetzt nicht. Außer tauschen. Hilft's? Ja, vielleicht. Schon besser? Ja. Ja, so ganz frisch geerntet aus dem Garten, da ist ordentlich was dahinter. Ganz gesund. Geht jeder Schnupfen stiften. Oder fängt er richtig an? Ja, Gleiches mit Gleichem. Und anschließend bist du der Putz im Unterkern gesund. So. Das wären die Backofenkartoffeln. Zwiebelkartoffeln im Backofen gemacht. 40 Minuten bleiben die jetzt so im Backofen. Ab und zu mal durchrühren, hat man nicht mehr viel Arbeit mit. Und sind ganz lecker. So, jetzt kommen die Zwiebeln da drauf. So, wir haben ja noch zwei Zwiebeln, aber ich glaube, dann haben wir mehr Zwiebeln als Kartoffeln. Ich lasse das mal lieber so, ne? So, dann muss ich schürfeln. Alles gut, ja. Italienische Olivenöl. Müssen wir nur ab und zu mal nachgucken, nicht, dass die Zwiebelchen da oben drauf verbrennen. Die Gäste nahen. Ach, guck mal, alle stehen hier. Ja. Zur Begrüßung hat Oswald Hänsel seinen besten Met aus dem Lager geholt. Hallo. Hallo. Grüß euch. Hallo. Hallo. Ja, die Ankunft war super. Die waren alle total freundlich und haben gelacht und waren, glaube ich, auch selber total glücklich, dass mir jetzt kam. Und es war einfach herzlich, alle zusammen. Das war toll. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Hof in unserer Imkerei. Habt ihr das schon gemerkt? Ja. Ich hoffe, ihr seid alle mutig. Keiner hat eine Allergie. Prost. Auf die gute Ankunft. Auf die gute Ankunft. Lass doch noch alle am Leben sein. Nach Prost kommt trinken. Auf euer Wohl. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir auf einen Betrieb kommen, der mit Bienen zu tun hat. Andere hatten das ja schon gemunkelt, aber das war mir so gar nicht in meinem Sinn. Ich habe gedacht, hier erwartet mich was mit Kräutern und Gemüse. Hat uns dann ja auch, Ulrich hat ja einen ganz tollen Gemüsegarten, aber mit den Bienen, das fand ich schon sehr faszinierend. Alle Bienen kommen hinter mir her. Ja. So, hier habe ich für euch Schleier. Da kann sich jeder eine Jacke oder einen Hut aufsetzen. Oh, schickes Modell. Ganz körperlich. Ganz große Jacken sind unten drunter, die kleineren Jacken sind oben drauf. Zumachen. Einmal drehen, das ist ganz gedacht. Durchs Schwarze guckt man nachher durch. Die Schleier waren schlimm, fand ich. Die hingen die ganze Zeit im Gesicht und zum Schutz war es ganz gut. Ohne Schleier hätte ich mich, glaube ich, nicht dahin getraut. Lustig, wir sahen so ein bisschen aus wie so Honigbräute, fand ich. Zumindest Ricarda und ich, wir hatten ja so ein weißes Mützchen auf, es hatte was. Das ist ein Futterkasten. Jetzt um diese Jahreszeit haben wir unsere Bienen schon einmal gefüttert. Es ist der herrlichste Sommer, wunderschön das Wetter, aber es blüht ja nichts mehr. Und mit was fütterst du sie? Wir sind ja Bio-Imkerei und Bio-Zucker kriegen die dann. So, und schaut mal, das sind zwei Kästen. Hier unten der Kasten mit den vielen Fluglöchern, das waren sechs Ableger, die wir im Mai gebildet haben. Von den sechs sind nur vier Königen begattet worden, die anderen waren nichts. Drei von den vieren habe ich rausgesetzt, auf einen anderen Platz gebracht und eine habe ich gelassen. Und dieser einen Königin, die hier unten in den Ableger ist, der habe ich ein paar Leerwaben obendrauf gegeben und ein bisschen gefüttert. Und das ist jetzt ein schönes, tolles Volk geworden. Es ist überwältigend, diese Größe an Bienen. Also die ist unvorstellbar, wenn da eine Wabe rauszieht, was da an Mengen an Bienen hängt und man sich vorstellt, diese ganzen Kästen sind voll mit so vielen Bienen, das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie viel Lebewesen da drin sitzt und die Arbeit macht. Und wie schwer ist die Wabe jetzt? Diese hier wiegt auch schon drei Kilo bestimmt. Ja, gerne. Ach ja, das ist ja echt schön schwer. Das habe ich als Kind nicht gedurft, als kleines Kind, weil da kann man dann vor Schreck, wenn eine Biene auf die Hand kommt, lässt du die Wabe fallen oder das ist ja auch nicht unbedingt richtig, das zu machen, aber ich wollte das schon immer mal machen. Und jetzt hatte ich ja nun die Gelegenheit heute. Nee, das hätte ich nicht gemacht, so mutig bin ich dann doch nicht. Nein, das hätte ich mich nicht getraut, bestimmt nicht. Die Zwiebeln werden angebraten fürs Chutney, wir machen da eine schöne Tomatensauce zu mit schönen Gewürzen. So, da ist jetzt Essig und Essig, Salz und Honig schon drin. Das Tomaten-Zwiebel-Gemisch in der Pfanne wird ordentlich gewürzt. Melken, Zimt und ein wenig Muskatnuss. Für die Schärfe sorgt eingelegtes Chili. Diese Chili, da braucht man einen Waffenschein für, da braucht man nur ganz wenig. Jetzt ist aber auf jeden Fall noch ein bisschen Apfelsaft dabei, jetzt haben wir so lange gewürzt und probiert, da ist es einfach zu dick geworden. Das ist von unseren Obstwiesen der Apfelsaft, von den Eigentümern und auch ganze Dörfer machen das. Und im Bellasen wird der gute Obstlauch davon gemacht. So, jetzt machen wir die Zucchini-Röllchen. Das wird jetzt natürlich so ein bisschen schmierig. Machen wir zwei Paprika oder eine? Eine müssen wir überhaupt machen. Je nachdem, wie lang das Röllchen ist, je länger das ist, umso mehr können wir da reintun. Und drei Böhnchen. Wir haben jetzt so kleine Zucchini genommen. Jetzt hängt das da raus. Egal, ne? Hauptsache, das sieht schon aus. Die essen das. Sind brav, die essen das. Die gefüllten Zucchini-Röllchen sind die Beilage für den Hauptgang. Kurz vor dem Servieren werden sie im Ofen fertig gegrillt. Letzter Schliff, ein wenig Parmesan sorgt für Würze. So, hier könnt ihr mal schauen. Bienenwachs von anderthalb Saison. So eine Riesenhalle voller Wachstonnen und Kästen und Waben und alles zu sehen, ist überwältigend. Weil 360 Völker ist natürlich viel, aber es ist auch relativ abstrakt. Ich kann es mir bildlich gar nicht so gut vorstellen. Zumal ich mir dann die Anzahl der Bienen erst recht nicht vorstellen kann. Da hört es dann irgendwann auf. Das aber in so einem großen Raum zu sehen und auch dann die fertigen Honiggläser in einem großen Raum angesammelt zu sehen, das ist beeindruckend. Jetzt zeige ich euch nochmal, wie das so früher gemacht worden ist. Und dann, wenn Ulrike Schulklassen hier hat, und dann ist das immer die Highlight, wenn die Kinder dann mal von der Gabel Entdeckungswachs probieren dürfen. Der Wachs hat mich gar nicht gestört. Ich fand den, ehrlich gesagt, super lecker und ich hab den auch runtergeschluckt. Also das fand ich sehr angenehm. Ich bin nicht gerade so ein Honig-Fan. Ich esse nicht gerne Honig. Mich ist eigentlich ein bisschen zu süß, aber es ist trotzdem verlockend. Es lockt einen. Genau, lecker. Uns konnte sich ja kaum einer zurückhalten und da mal dann den Honig lecken. Und das kommt so schnell. Reicht schon, reicht schon. Ich mach schon mal auf. Und zwar ist das Schleudern erst seit, ich weiß nicht, 100, 150 Jahren. Reicht? So reicht. Und da hat ein Pastor, hat das entwickelt, die Schleuder. Der hat seinen Kindern eine Wabe gegeben in den Strohkorb und hat sie nach Hause geschickt zur Mutter, dass sie den Honig ausquetschen soll. Und die Kinder haben sich so über den Honig gefreut, die sind nach Hause gekommen und die Mutter hat sich gewundert, warum eine Seite leer war und die andere Seite nicht. Und dann wurden die Waben am Anfang, wurden die einseitig geschleudert und jetzt ist das aber so, die Waben sind ja so ein bisschen schräg gestellt und durch die Fliehkraft fliegt auch der Honig nach beiden Seiten raus. Und das ist doch herrlich, ne? Traumhaft dieser schöne Honig, also Sonnensaft, der da fließt. Also es ist einfach toll. Wir kandieren Walnüsse, das muss jetzt eine ganze Zeit, bis das ein bisschen bräumig ist. Die kommen dann nachher als Deko und, weil sie lecker sind, über den griechischen Joghurt. Und das muss jetzt so lange schäumen, bis es ein bisschen hellbraun geworden ist. Zu dunkel mag ich jetzt nicht, weil es dann leicht ins Bittere geht. Aber das muss ja schon so sein, dass es ein bisschen fest und knackig ist, wenn wir das gleich auf dem Backpapier tun. Dann wird schnell kalt, alle schön einzeln. Siehst du, da sind mir welche angebrannt. Da hat man dann schön die einzelnen Hälften und die dann so schön glänzen und so eine schöne Lackschicht haben. Da kommt dann noch oben drauf so ein kleines Tröpfchen, was nachher die Soße, die nachher bleibt, die legt man dann so oben drauf. So, die kriegt noch ein Bomberung drauf. So, die sind ja auch so glänzen und so glänzen und so glänzen und so glänzen. Die Deko im Raum war super, die Blumen so schön frisch und man hat richtig gesehen, dass Ulrike da mit Herzblut drangegangen ist und alles aus ihrem schönen kleinen Gärtchen und doch, die war super schön. Die vielen ja Sonnenblumen und Früchte, was sie hatte, es war schon schön. Das war eine absolute Spätsommer-Idylle. War total schön. Diese Spätsommer-Idylle kommt bei Ulrike auch auf die Teller. Essbare Kornblumen, Salat, Kirschen. Die Nudeln müssen ein bisschen abgekühlt sein, sonst ist das nicht so gut für den Honig. Zwei Esslöffel. Und das duftet schon so gut. Der Kornblumenhonig hat einen tollen Duft. Es kann angerichtet werden. Über die in Semmelbröseln und Honig eingelegten Nudeln kommen noch ein paar Pinienkerne fertig. Jeder einen Teller und dann können wir auch schon reingehen. Klasse. Das sieht gut aus. Vielen Dank. Das sieht total schön aus. Ja, danke schön. Schön, dass ihr da seid. Es gibt Honignudeln im Parmesan-Nest. Sizilianische St-Josephs-Nudeln sind das. Das ist ja spannend. Dann lasst es euch gut schmecken. Guten Appetit. Danke. Dankeschön. Ja, wo wart ihr denn? Habt ihr was Schönes gesehen unterwegs? Absolut. Absolut. Schöne, weite Landschaft. Hügelige, bergige. Ganz toll. Toskana Westfalens. Wie sagt man das? Naja, die hier wohnen, sagen das natürlich. Nächstes Jahr haben wir auch 1000-Jahr-Feier. Da sind alle schon am Planen und am Machen und am Tun. Die tollsten Sachen. Ja, toll. Das ganze Jahr über. Sehr lecker, Ulrike. Dankeschön. Die Vorspeise fand ich super lecker. Die süßen Nudeln mit dem Parmesan und auch dieses Parmesan-Kästchen, was es war. Fand ich toll. Und auch die verschiedenen Wildblumen und Wildkräuter, was sie da auf dem Teller hatte. Das war eine interessante Erfahrung. Also das hat man ja so sonst gar nicht. Und das fand ich super lecker. Das klingt nach einer hohen Bewertung. Doch hat Ulrike mit ihren Honignudeln im Parmesan-Nest den Geschmack aller getroffen? Ich fand toll, diese verschiedenen Kräuter und Blüten, die man alle essen kann. Also ganz, ganz schön. Aber es war einfach als Vorspeise zu kräftig, zu viel. Ich bin mehr so ein Soßen-Fan und auch nicht so der Salat-Fan. Da hat mir vielleicht irgendwas Saftiges dazu gefehlt. Aber die Idee mit den Honignudeln war natürlich klasse. In der Küche geht es in die heiße Phase. Die Schweine-Koteletts für den Hauptgang werden in Sonnenblumenöl kurz und scharf angebraten. Ich hatte die vorher über Nacht mariniert mit frischen Kräutern aus dem Garten. Frischer Rosmarin vor allen Dingen, Basilikum, Bohnenkraut, Lavendelblüten, gutes Olivenöl und ordentlich Chili. Und jetzt kommen die in den Ofen zum Garziehen. Garziehen müssen die Koteletts nur einige Minuten. In der Zwischenzeit wurden die Koteletts angerichtet. So, sollen wir die in die Mitte stellen? Nicht, dass da noch Salz drauf fehlt. Habt ihr probiert? Muss noch Salz bei? Ja, ein bisschen. Ehrlich? Ich hab gedacht, ich hab zu viel. Oh nein. So, und jetzt wollen wir los? Prima. So, habt ihr schon wieder Hunger? Ja, das sieht super aus. Danke schön. Vielen Dank. Das Hauptgericht marinierte Schweine-Koteletts von glücklichen Schweinen und Gemüse aus dem Garten. Zwiebelkartoffeln, Zucchini-Röllchen und Tomaten-Shutting. Sehr schön. Lass es schmecken. Guten Appetit. Machen wir gerne. Wie viel Zeit verbringst du in deinem Gemüsegarten? Das ist ja wahnsinnig. Ja, meistens nach Feierabend, wenn die anderen Feierabend haben und dann bis es ganz dunkel ist. Ich beneide dich drum. Das heißt, Feierabend heißt bei dir Arbeit im Garten. Genau. Feierabend. Dann habe ich Montag und Dienstag ja auch keinen Markt. Dann mache ich halt dann auch schon mal solche Sachen. Gerade im Frühjahr, da macht er natürlich mehr Arbeit. Aber wenn er dann fertig ist, braucht er nur noch mal ein bisschen durchgehen. Nur noch mal ein bisschen durchgehen. Klar. Nur so gerade. Die Früchte von Ulrikes Gartenarbeit liegen nun vor den Landfrauen auf dem Teller. Fein zubereitet, zum Verzehr angerichtet. Zucchini-Röllchen, Tomaten-Chutney, Zwiebelkartoffeln, marinierte Koteletts. Ob die Gäste diese Geschmacksvielfalt mögen? Auch wenn der Teller viel zu voll war, war es super lecker. Also diese Zucchini-Röllchen fand ich klasse. Auch dieses Kotelett mit diesem mariniertes, dieses Chutney fand ich toll. Diese Zwiebeln, diese gedünsteten rund um die Kartoffeln. Also fand ich rundherum klasse. Eine Landfrau ist in jedem Fall vom Hauptgang überzeugt. Sehr lecker, klingt nach Höchstpunkten. Sehen die anderen Kandidatinnen das ähnlich? Die Hauptspeise fand ich auch sehr lecker, sehr farblich auch schön. Es war mit diesen Kräutern, Schweinekotelett, sehr gut. Ich bin jetzt nicht so der riesengroße Kotelett-Fan, aber die waren vom Garzeitpunkt gut und haben auch gut geschmeckt, ohne Frage. Bei den Koteletts, da bin ich irgendwie ein bisschen durcheinander gekommen, hatte das Gefühl, dass ich welche nicht gesalzen hatte. Natürlich schon so ein bisschen unsicher. Katastrophe, Katastrophe. Ich denke, das gehört auch dazu, ohne ein bisschen Aufregung geht das nicht. Endspurt. Für das Dessert hat Ulrike extra besondere Teller anfertigen lassen. Ihre Gäste sollen fünf verschiedene Honigsorten auf griechischem Joghurt probieren und herausschmecken. Sommerblüte oder Tannenhonig, Korrenblume oder Edelkastanie. Was ist das hier? Wenn da nichts draufsteht, ist das auch Korrenblume. Das steht blinde. Achso, das kommt bei Sommerblüte. Ach, okay. Da ist auch mal Blütenhonig drin. Das habe ich aus Versehen falsch etikettiert. Das war toll, wie das alles funktioniert hat dann, wie die Nichten mitgemacht haben. Die haben uns noch schön geholfen. Zack, zack. Also wie das dann schnell ging plötzlich. Das war toll. Sieh noch, Schweißekochten. Dankeschön. Es gibt griechischen Joghurt. Mit Honig. Und damit es nicht so einfach ist, haben wir fünf Sorten Honig. Oh, fünf Sorten. Die dürfen wir jetzt herausschmecken. Die dürft ihr jetzt raten. Ja, das ist ein guter. Sieht nicht, weil der Teller ist. Also farblich kann man es vielleicht sehen. Ja. Hui. Es gibt aber eine kleine Hilfe. Das sind die Blüten, die auf dem Teller sind. Stimmt? Ah, das ist eine tolle Idee. Guten Appetit. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Was machen wir nicht mit dem Kastanen? Das ist Kastanie. Ja, das ist die Esskastanie. Da bringen wir unsere Bienen in die Falz. Sehr lecker. Ist euch nicht zu herb, merkt ihr? Der ist so ein bisschen bitter. Was finde ich gerade das Spannende? Durch den Sahnejoghurt wird es ein bisschen abgemildert. Und dann ist das hier vorne ein reiner Tannenhonig? Ja. Da sind wir im Moment noch im Schwarzwald, im Kinzigtal. Den hätte ich auch viel, viel härber erwartet. Wer noch den Kornblumenhonig auf dem Joghurt hat, man beachtet die Farbe. Ja. Passt zum Met. Die verschiedenen Honigsorten zu probieren, war super. Wann hat man schon mal fünf verschiedene Sorten Honig auf einem Teller und kann auch den Unterschied wirklich rausschmengen. Der eine war etwas härber, der andere war süß. Das war einfach eigentlich klasse. Die letzte Bewertungsrunde. Hat den Landfrauen die Honig-Ratestunde gefallen? Und wie haben ihnen die vielen verschiedenen Sorten geschmeckt? Die Honigsorten waren durchweg alle lecker. Ob jetzt ein bisschen kräftiger im Geschmack wie der Tannenhonig oder halt die Obst-Sommerblüte, fand ich alle lecker. Fand ich sehr gut. Es war sehr stimmig, auch hier jetzt mit dem Hof in diesem Zusammenhang. Das Menü mit dem, was hier vom Hof kommt. Fand ich sehr gut. Dankeschön. Hab's da toll gemacht. Die allerschönsten Küchenhöfen und so hier. Super, dankeschön. Mit ihrem kreativen, süßen Landmenü hat sich Ulrike 126 Punkte erkocht und landet damit vorerst auf Platz zwei. Ja, morgens ist man natürlich sehr aufgeregt, ist ja klar. Aber man kocht ja nicht zum ersten Mal. Uns hat ja auch alles gut geklappt. Und war ja noch ein toller Tag. Wir hatten viel Spaß. Und wir haben noch richtig gute, nette Erfahrungen. Und jetzt kann ich ganz entspannt den nächsten Terminen entgegensehen. Und was da auf mich zukommt. Die nächste, die zum kulinarischen Wettbewerb antritt, ist Sabine Görtz aus dem Ruhrgebiet. Wollen wir auch essen? Ja. Dankeschön. Und dann hat man nicht mehr viel Arbeit mit und sind ganz lecker. So, jetzt kommen die Zwiebeln da drauf. So, wir haben ja noch zwei Zwiebeln, aber ich glaube, dann haben wir mehr Zwiebeln als Kartoffeln. Ich lasse das mal lieber so, ne? Dankeschön. Das gute italienische Olivenöl. Müssen wir nur ab und zu mal nachgucken. Nicht, dass die Zwiebelchen da oben drauf verbrennen. Die Gäste nahmen. Ach, guck mal, alle stehen hier. Ja. Zur Begrüßung hat Oswald Hänsel seinen besten Med aus dem Lager geholt. Und auch zusammen. Hallo. Hallo. Grüß euch. Schön. Hallo, Helene. Ja, die Ankunft war super. Die waren alle total freundlich und haben gelacht und waren, glaube ich, auch selber total glücklich, dass mir jetzt kam. Und es war einfach herzlich, alle zusammen. Das war toll. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Hof in unserer Imkerei. Habt ihr das schon gemerkt? Ja, das finde ich schon. Ich hoffe, ihr seid alle mutig. Keiner hat ne Allergie. Prost. Auf die gute Ankunft. Auf die gute Ankunft. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir auf einen Betrieb kommen, der mit Bienen zu tun hat. Andere hatten das ja schon gemunkelt, aber das war mir so gar nicht in meinem Sinn. Ich habe gedacht, hier erwartet mich was mit Kräutern und Gemüse. Hat uns dann ja auch, Ulrich hat ja einen ganz tollen Gemüsegarten, aber mit den Bienen, das fand ich schon sehr faszinierend. Alle Bienen kommen hinter mir her. So, hier habe ich für euch Schleier. Da kann sich jeder eine Jacke oder einen Hut aufsetzen. Oh, schickes Modell. Ganz große Jacken sind unten drunter, die kleineren Jacken sind oben drauf. Zumachen. Einmal drehen, das ganz gedacht. Durchs Schwarze guckt man nachher durch. Die Schleier waren schlimm, fand ich. Die hingen die ganze Zeit im Gesicht und zum Schutz war es ganz gut. Also ohne Schleier hätte ich mich, glaube ich, nicht dahingetraut so nah. Ja, lustig. Wir sahen so ein bisschen aus wie so Honigbräute. Erstmal freut man sich natürlich, sind wieder da. Alle heile, alles hat gut geklappt. Man macht die ganze Aktion natürlich nicht nur, damit die Kornblumen möglichst lange existieren in Mecklenburg-Vorpommern. Das findet man natürlich auch toll. Das sind ja wilde Blumen, die es hier schon gar nicht mehr gibt. Es müssen aber auch die Rechnungen bezahlt werden. Man ist froh, wenn man auch Honig erntet. Und das ist natürlich immer der spannende Augenblick. Aber was dann drin ist in den Bienenkästen, das ist natürlich das, worum es eigentlich ja geht bei dem ganzen Stress und der ganzen Arbeit, die man ja auch hat dafür. Mh, schön. Da kann ich nicht genug von kriegen. Das ist sowas. Lecker. Das erste Mal, dass die Bienen richtig gut getragen haben dieses Jahr. Das haben wir im ganzen Jahr nicht geerntet. 50, 60 Kilo Honig sind das. Und das haben hier die Bienen bei uns hier in der Gegend, wo kein Blümchen auf den Feldern ist. Die haben gehungert. Die haben einen halben Honigrahmen, höchstens die tollen, die richtig scharren Völker. Wenn überhaupt. Honig in rauen Mengen. Die Arbeit hat sich gelohnt. Ein langer Arbeitstag neigt sich dem Ende entgegen. Zeit, am eigenen Schwimm- und Löschteich zu entspannen und ein Glas Kornblumenmeet zu genießen. Ja, wenn wir mal eine freie Minute haben, dann kann man hier so richtig schön das genießen. Die schöne Aussicht und die ganzen wilden Blumen am Teich. Herrlich. Der Land- und Leckerbus ist auf dem Weg. Chauffeur Wolfgang Schiwi kutschiert seine gut gelaunten Passagiere durch das sommerliche Ostwestfalen Richtung Brakel. An Bord rätseln die Damen, wo es denn heute hingeht. Ich glaube, wir werden einen schönen landwirtschaftlichen Betrieb sehen. Wahrscheinlich mit ein bisschen Tieren, vielleicht Kühe, vielleicht lernen wir die Käseproduktion kennen. So etwas könnte ich mir vorstellen. Ich sagte schon Ackerbau, aber wenn ich das hier so ansehe, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie scharfer hat. Zwischendurch dachte ich Gemüse Richtung Kräuter. Gemüse, aber da bin ich jetzt gar nicht mehr so der Meinung. Scharfe Käseherstellung ist wieder mal überraschend. Auf Bienen und Honig ist keine der Landfrauen gekommen. In der Küche arbeitet Ulrike schon auf Hochtouren. Die Parmesan-Nester für die Vorspeise sind eine echte Herausforderung. Bei den Parmesan-Nestern ist es natürlich so, die können zu weich werden, die können zu hart werden. Da kann man hier so richtig schön das genießen, die schöne Aussicht und die ganzen wilden Blumen am Teich. Herrlich. Der Land- und Leckerbus ist auf dem Weg. Chauffeur Wolfgang Schiwi kutschiert seine gut gelaunten Passagiere durch das sommerliche Ostwestfalen Richtung Brackel. An Bord rätseln die Damen, wo es denn heute hingeht. Ich glaube, wir werden einen schönen landwirtschaftlichen Betrieb sehen. Wahrscheinlich mit ein bisschen Tieren, vielleicht Kühe, vielleicht lernen wir die Käseproduktion kennen. So etwas könnte ich mir vorstellen. Ich sagte schon Ackerbau, aber wenn ich das hier so ansehe, könnte ich mir auch vorstellen, dass sie scharfer hat. Zwischendurch dachte ich Gemüse Richtung Kräuter. Gemüse, aber da bin ich jetzt gar nicht mehr so der Meinung. Scharfe Käseherstellung ist wieder mal überraschend. Auf Bienen und Honig ist keine der Landfrauen gekommen. In der Küche arbeitet Ulrike schon auf Hochtouren. Die Parmesan-Nester für die Vorspeise sind eine echte Herausforderung. Bei den Parmesan-Nestern ist es natürlich so, die können zu weich werden, die können zu hart werden. Das muss man sehr gut abschätzen. Die müssen richtig schön durchbraten, damit die Feuchtigkeit weggeht, dass sie knusprig werden. Aber wie das ist, so knusprig, da muss man sehr schnell arbeiten, dass sie dann nicht zerbrechen. Jeder Handgriff muss sitzen. Sobald der Parmesan-Käse geschmolzen ist, muss er abgekühlt werden und schnell aus der Pfanne. Eine kleine Schüssel dient als Form für das Nest. Ein bisschen abkühlen lassen und fertig. So soll's sein. Parallel schnippelt Ulrikes Küchenhilfe die Zucchini für den Hauptgang. Hast du es denn schon gleichmäßig geschafft? Bin ja froh, dass ich das nicht machen musste. Ich hoffe es. Nine ist die Freundin von Ulrikes Sohn Lukas und heute genau die richtige Unterstützung am Herd. Dadurch, dass wir zusammen wohnen, wir haben ja praktisch eine Riesenwohngemeinschaft. Und da hilft sie mir natürlich. Ist ganz, ganz lieb und fleißig und kann das auch supergut. Sehr tüchtig. Aus den Zucchini-Scheiben werden später gefüllte Röllchen. Da noch ein drauf? Mhm. Die Zucchinis sind jetzt schön eingeölt. Und dann werden die einmal kurz gegrillt. Muss genau so sein, dass sie schon zu rollen gehen, aber nicht zu weich sind. Die Zucchini... So, dann ist das Geschirröl. Das ist das Gute italienische Olivenöl. Müssen wir nur ab und zu mal nachgucken. Nicht, dass die Zwiebelchen da oben drauf verbrennen. Die Gäste nahen. Ach guck mal, alle stehen hier. Ja. Zur Begrüßung hat Oswald Hänsel seinen besten Met aus dem Lager geholt. Hallo. 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 Grüß euch. Schön. Hallo. Hallo. Ja, die Ankunft war super. Die waren alle total freundlich und haben gelacht und waren, glaube ich, auch selber total glücklich, dass mir jetzt kam. Und es war einfach herzlich, alle zusammen, das war toll. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Hof in unserer Imkerei. Habt ihr das schon gemerkt? Ja, das ist schon gut. Ich hoffe, ihr seid alle mutig, keiner hat eine Allergie. Prost. Auf die Gute anguckt. Auf die Gute. Lass doch noch alle am Leben sein. Na, Prost, kommt trinken. Prost. Auf euer Wohl. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir auf einen Betrieb kommen, der mit Bienen zu tun hat. Andere hatten das ja schon gemunkelt, aber das war mir so gar nicht in meinem Sinn. Ich habe gedacht, hier erwartet mich was mit Kräutern und Gemüse. Hat uns dann ja auch, Ulrich hat ja einen ganz tollen Gemüsegarten, aber mit den Bienen, das fand ich schon sehr faszinierend. Alle Bienen kommen hinter mir her. So, hier habe ich für euch Schleier. Da kann sich jeder eine Jacke oder einen Hut aufsetzen. Oh, schickes Modell. Ganz körperlich. Ganz große Jacken sind unten drunter, die kleineren Jacken sind oben drauf. Einmal drehen, das ist ganz gedacht. Durchs Schwarze guckt man nachher durch. Die Schleier waren schlimm, fand ich. Die hingen die ganze Zeit im Gesicht und zum Schutz war es ganz gut. Also ohne Schleier hätte ich mich, glaube ich, nicht dahin getraut. Ja, lustig, wir sahen so ein bisschen aus wie so Honigbräute, fand ich. Also zumindest Ricarda und ich, wir hatten ja so ein weißes Mützchen auf, es hatte was. Das ist ein Futterkasten. Jetzt um diese Jahreszeit haben wir unsere Bienen schon einmal gefüttert. Es ist der herrlichste Sommer, wunderschön das Wetter. Guck mal, die kleinen Gässchen. Und ganz, ganz liebevoll wieder restauriert. Ja, auf alle Fälle. Also könnte ich mir gut vorstellen, mit meinem Mann hier nochmal so ein Wochenende zu verbringen. Ein bisschen Weserbergland erkunden. Das ist ein Traum. Zweite Busfahrt, super nett. Die Frauen sind alle so nett und sympathisch. Wir sind so eine nette Truppe. Und es war eine herrliche Landschaft. War ganz toll. Für ihre Gäste hat Ulrike nicht nur das Essen, sondern auch die komplette Tischdekoration aus dem eigenen Garten gepflückt. Sommerfrische ist das Thema. Ja, die Tischdeko sind Beeren, weil ich lieber Beeren pflücke als Blumen. Die Blumen lasse ich lieber für die Bienen, sind ja tot, wenn man sie pflückt. Allerdings, wenn ich auf dem Bauernmarkt-Deko mache, dann stelle ich die draußen vor die Tür. Da fliegen die Bienen auch immer noch hin. Und die Küche bleibt sauber. Jeder Gang, den Ulrike serviert, wird von ihren Gästen einzeln bewertet. Zehn Punkte bedeuten unübertrefflich. Wie viele Punkte wird sich die Landfrau mit ihrem Drei-Gänge-Menü erkochen? Wodran soll ich nochmal meine Nase dranhalten, wenn meine Augen anfangen zu tränen, so wie jetzt? Zur Beruhigung habe ich Baldrian da hingetan zum Schnüffeln. Aber ich glaube, gegen Zwiebeltränen habe ich gar nichts. Ach, ich versuche das jetzt nicht. Außer tauschen. Hilft's? Ja, vielleicht. Schauen besser? Ja. Ja, so ganz frisch geerntet aus dem Garten, da ist ordentlich was dahinter. Ganz gesund. Geht jeder schnupfen, stiften. Oder fängt er richtig an? Ja, Gleiches mit Gleichem. Und anschließend bist du der Putz im Unterkern gesund. So, das wären die Backofenkartoffeln. Zwiebelkartoffeln im Backofen gemacht. 40 Minuten bleiben die jetzt so im Backofen, ab und zu mal durchrühren, hat man nicht mehr viel Arbeit mit. Und sind ganz lecker. So, jetzt kommen die Zwiebeln da drauf. So, wir haben ja noch zwei Zwiebeln, aber ich glaube, dann haben wir mehr Zwiebeln als Kartoffeln. Ich lasse das mal lieber so, ne? So, Dankeschön. Das gute italienische Olivenöl. Der Kornblumenhonig hat einen tollen Duft. Es kann angerichtet werden. Über die in Semmelbröseln und Honig eingelegten Nudeln kommen noch ein paar Pinienkerne. Fertig. Jeder einen Teller und dann können wir auch schon reingehen. Klasse. Prima. So, es geht los. Guck mal, wie hier. Oh! Das sieht gut aus. Vielen Dank. Das sieht total schön aus. Ja. Dankeschön. Schön, dass ihr da seid. Es gibt Honignudeln im Parmesan-Nest. Sizilianische St. Josefsenbrin sind das. So, das ist ja spannend. Dann, lasst es euch gut schmecken. Guten Appetit. Danke. Dankeschön. Ja, wo wart ihr denn? Habt ihr was Schönes gesehen unterwegs? Absolut. Absolut. Schöne weite Landschaft, hügelige, bergige. Ganz toll. Toskana Westfalens. Ja, sagt man das? Naja, die hier wohnen, sagen das natürlich. Nächstes Jahr haben wir auch 1000-Jahr-Feier. Da sind alle schon am Planen und dann machen und dann tun die tollsten Sachen. Ja, das ganze Jahr über. Sehr lecker, Ulrike. Dankeschön. Die Vorspeise fand ich super lecker. Also die süßen Nudeln mit dem Parmesan und auch dieses Parmesan-Kästchen, was es war, fand ich toll. Und auch die verschiedenen Wildblumen und Wildkräuter, was sie da auf dem Teller hatte, das war eine interessante Erfahrung. Also das hat man ja so sonst gar nicht und das fand ich super lecker. Das klingt nach einer hohen Bewertung. Doch hat Ulrike mit ihren Honignudeln im Parmesan-Nest den Geschmack aller getroffen? Ich fand toll, diese verschiedenen Kräuter und Blüten, die man alle essen kann. Also ganz, ganz schön, aber es war einfach als Vorspeise zu kräftig, zu viel. Ich bin mehr so ein Soßen-Fan und auch nicht so der Salat-Fan. Da hat mir vielleicht irgendwas Saftiges dazu gefehlt, aber die Idee mit den Honignudeln war natürlich klasse. In der Küche geht es in die heiße Phase. Die Schweine-Koteletts für den Hauptgang... Aber es ist trotzdem verlockend, es lockt einen. Genau, lecker. Und es konnte sich ja kaum einer zurückhalten und da mal dann den Honig lecken. Ja, und das kommt so schnell. Reicht schon, reicht schon. Ich mach schon mal auf. Oh, flüssiges Gold. Was für... Ja, gleich Farbe. Und zwar ist das Schleudern erst seit, ich weiß nicht, 100, 150 Jahren. Reicht, so reicht. Und da hat ein Pastor, hat das entwickelt, die Schleuder. Der hat seinen Kindern eine Wabe gegeben, in den Strohkorb. Und hat sie nach Hause geschickt zur Mutter, dass sie den Honig ausquetschen soll. Und die Kinder haben sich so über den Honig gefreut, die sind nach Hause gekommen. Und die Mutter hat sich gewundert, warum eine Seite leer war und die andere Seite nicht. Und dann wurden die Waben am Anfang, wurden die einseitig geschleudert. Und jetzt ist das aber so, die Waben sind ja so ein bisschen schräg gestellt. Und durch die Fliehkraft fliegt auch der Honig nach beiden Seiten raus. Und das ist doch herrlich, ne? Toll. Traumhaft, dieser schöne Honig. Also, so ein Sonnensaft, der da fließt. Also, es ist einfach toll. Wir können die in Walnüsse, das muss jetzt eine ganze Zeit, bis das ein bisschen bräunig ist. Die kommen dann nachher als Deko und, weil sie lecker sind, über den griechischen Joghurt. Und das muss jetzt so lange schäumen, bis es ein bisschen hellbraun geworden ist. Zu dunkel mag ich jetzt nicht, weil es dann leicht ins Bittere geht. Aber das muss ja schon so sein, dass es ein bisschen fest und knackig ist. Dann wird das gleich auf dem Backpapier tun. Wird schnell kalt. Alle schön einzeln. Siehst du, da sind mir welche angebrannt. Da hat man dann schön die einzelnen Hälften und die dann so schön glänzen und so eine schöne Lackschicht haben. Da kommt dann noch oben drauf. So ein kleines Tröpfchen. Was nachher, die Soße, die nachher bleibt, die legt man dann so oben drauf. So, die kriegt noch ein Bomberung drauf. Mh. Bitteschön. Sehr schön. Ein richtiger Sommertisch. Super. Ja, die Ankunft war super. Die waren alle total freundlich und haben gelacht und waren, glaube ich, auch selber total glücklich, dass mir jetzt kam. Und es war einfach herzlich, alle zusammen. Das war toll. Ja, ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Hof in unserer Imkerei. Habt ihr das schon gemerkt? Ich hoffe, ihr seid alle mutig. Keiner hat eine Allergie. Prost. Auf die gute Ankunft. Auf die gute Ankunft. Lass doch noch alle am Leben sein. Na, Prost kommt trinken. Prost. Auf euer Wohl. Ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir auf einen Betrieb kommen, der mit Bienen zu tun hat. Andere hatten das ja schon gemunkelt, aber das war mir so gar nicht in meinem Sinn. Ich habe gedacht, hier erwartet mich was mit Kräutern und Gemüse. Hat uns dann ja auch, Ulrich gemacht, ja, sie hat einen ganz tollen Gemüsegarten. Aber mit den Bienen, das fand ich schon sehr faszinierend. Alle Bienen kommen hinter mir her. So, hier habe ich für euch Schleier. Da kann sich jeder eine Jacke oder einen Hut aufsetzen. Oh, schickes Modell. Ganz Körper. Ganz große Jacken sind unten drunter, die kleineren Jacken sind oben drauf. Einmal drehen, das ist ganz gedacht. Durchs Schwarze guckt man nachher durch. Die Schleier waren schlimm, fand ich. Die hingen die ganze Zeit im Gesicht und zum Schutz war es ganz gut. Also ohne Schleier hätte ich mich, glaube ich, nicht dahin getraut. Ja, lustig. Wir sahen so ein bisschen aus wie so Honigbräute, fand ich. Also zumindestens Ricarda und ich, wir hatten ja so ein weißes Mützchen auf. Es hatte was. Das ist ein Futterkasten. Jetzt um diese Jahreszeit haben wir unsere Bienen schon einmal gefüttert. Es ist der herrlichste Sommer. Wunderschön das Wetter. Aber es blüht ja nichts mehr. Und mit was fütterst du sie? Wir sind ja Bio-Imkerei und Bio-Zucker kriegen die dann. So, und schaut mal. Das sind zwei Kästen. Hier unten der Kasten mit den vielen Fluglöchern. Das waren sechs Ableger, die wir im Mai gebildet haben. Von den sechs sind nur vier Königinnen begattet worden. Die anderen waren nichts. Drei von den vieren habe ich rausgesetzt, auf einen anderen Platz gebracht. Und eine habe ich gelassen. Und dieser einen Königin, die hier unten in den Ableger ist, der habe ich ein paar Leerwaben oben drauf gegeben und ein bisschen gefüttert. Und das ist jetzt ein schönes, tolles Volk geworden. Es ist überwältigend, diese Größe an Bienen. Also die ist unvorstellbar, wenn da eine Wabe rauszieht, was da... Es gibt aber eine kleine Hilfe. Das sind die Blüten, die auf dem Teller sind, stimmt's? Ah, stimmt's? Das ist eine tolle Idee. Guten Appetit. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ich auch. Was mache ich mit Kastanie? Das ist Kastanie. Ja, das ist die Esskastanie. Da bringen wir unsere Bienen in die Falz. Sehr lecker. Ist euch nicht zu herb, merkt er? Der ist ein bisschen bitter. Was finde ich gerade das Spannende? Durch den Sahnejoghurt wird es ein bisschen abgemildert. Und dann ist das hier vorne ein reiner Tannenhonig? Ja. Da sind wir im Moment noch im Schwarzwald, im Kinzigtal. Den hätte ich auch viel, viel härber erwartet. Ja. Wer noch den Kornblumenhonig auf dem Joghurt hat, man beachte die Farbe. Ja. Passt zum Met. Die verschiedenen Honigsorten zu probieren, war super. Also die waren, also ich meine, wann hat man schon mal fünf verschiedene Sorten Honig auf einem Teller und kann auch den Unterschied wirklich rausschmecken. Also der eine war etwas herber, der andere war süßer. Das war einfach eigentlich klasse. Die letzte Bewertungsrunde. Hat den Landfrauen die Honig-Ratestunde gefallen? Und wie haben ihnen die vielen verschiedenen Sorten geschmeckt? Die Honigsorten waren durchweg alle lecker. Ob jetzt ein bisschen kräftiger im Geschmack, wie der Tannenhonig oder halt die Obst-Sommerblüte, fand sie alle lecker. Ja, fand ich sehr gut. Es war sehr stimmig, auch hier jetzt mit dem Hof in diesem Zusammenhang. Das Menü mit dem, was hier vom Hof kommt. Fand ich sehr gut. Dankeschön. Hab's da toll gemacht. Die allerschönsten Früchenhöfen und so hier. Super, Dankeschön. Mit ihrem kreativen, süßen Landmenü hat sich Ulrike 126 Punkte erkocht und landet damit vorerst auf Platz zwei. Ja, morgens ist man natürlich sehr aufgeregt, ist ja klar. Aber man kocht ja nicht zum ersten Mal und es hat ja auch alles gut geklappt. Und es war ja noch ein toller Tag, wir hatten viel Spaß und haben auch richtig gute, nette Erfahrung. Und jetzt kann ich ganz entspannt den nächsten Terminen entgegensehen und was da auf mich zukommt. Die nächste, die zum kulinarischen Wettbewerb antritt, ist Sabine Görz aus dem Ruhrgebiet. Und sind schwer beeindruckt. Das ist schön, das ist schön. Ja, das ist sehr schön. Auch wieder die schönen Fachwerkhäuser. Ganz verwinkelt alles, guck mal, die kleinen Gässchen. Und ganz, ganz liebevoll wieder restauriert. Ja. Ja, auf alle Fälle. Also könnte ich mir gut vorstellen, mit meinem Mann hier nochmal so ein Wochenende zu verbringen. Bisschen Weserbergland erkunden. Das ist ein Traum. Zweite Busfahrt. Super nett. Die Frauen sind alle so nett und sympathisch. Wir sind so eine nette Truppe. Und es war eine herrliche Landschaft. War ganz toll. Hier kann man drücken. Da ist die Stelle, wo sie heidel bleibt. Für ihre Gäste hat Ulrike nicht nur das Essen, sondern auch die komplette Tischdekoration aus dem eigenen Garten gepflückt. Sommerfrische ist das Thema. Ja, die Tischdeko sind Beeren, weil ich lieber Beeren pflücke als Blumen. Die Blumen lasse ich lieber für die Bienen, sind ja tot, wenn man sie pflückt. Allerdings, wenn ich auf dem Bauernmarktdeko mache, dann stelle ich die draußen vor die Tür. Da fliegen die Bienen auch immer noch hin. Und die Küche bleibt sauber. Jeder Gang, den Ulrike serviert, wird von ihren Gästen einzeln bewertet. Zehn Punkte bedeuten unübertrefflich. Wie viele Punkte wird sich die Landfrau mit ihrem Drei-Gänge-Menü erkochen? Wodran soll ich nochmal meine Nase dranhalten, wenn meine Augen anfangen zu tränen, so wie jetzt? Zur Beruhigung habe ich Baldrian da hingetan zum Schnüffeln. Aber ich glaube, gegen Zwiebeltränen habe ich gar nichts. Ich versuche das jetzt. Außer tauschen. Hilft's? Ja, vielleicht. Schon besser? Ja. Ja, so ganz frisch geerntet aus dem Garten, da ist ordentlich was dahinter. Ganz gesund. Geht jeder Schnupfen stiften. Oder fängt er richtig an? Ja, Gleiches mit Gleichem. Und anschließend bist du der Putz im Unterkern gesund. So, das wären die Backofenkartoffeln. Zwiebelkartoffeln im Backofen gemacht. 40 Minuten bleiben die jetzt so im Backofen, ab und zu mal durchrühren. Hat man nicht mehr viel Arbeit mit und sind ganz lecker. So, jetzt kommen die Zwiebeln da drauf. So, wir haben da noch zwei Zwiebeln, aber ich glaube, dann haben wir mehr Zwiebeln.